hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen runde CSGO Wingman und zwar heute mit einem besser motivierten Wingman Partner nehme ich an. Hallo, Oji, Oji Weister ist hier. Oji, mit dem werden wir heute rocken oder voll aufs Fressbett kriegen. Es gibt nur die beiden extreme bei Wingman. Basier die, easy. Nein, nein, verdammt. Okay, eine Runde die. Oh, du hast den schon. Ich bin halt gut. Weißt du? Checkste? Ah, schade. Denkst du, ich kann eins häusen? Einfach schon mal schwitzen, denn er auch beim Fahrt. Äh, joa, bestimmt. Toll, Alter! Ich fahr halt bei ihm voll aufm Kopf. Boah, schlechtes Aim. Hey, sag mal. Ach, komm. Zieh mal. Nice. Okay, so, dann los geht's. Was machen? Wir, äh, gewinnen. Okay, klicken am Plan. Guter Plan. Dann lass erst mal Mitte gammeln, gucken ob die pushen. Okay. Ich kann, äh, short smoken. Wollen wir long gehen oder wie? Ja, ja. Ich flasche. Ja, der geht outside, der geht outside, der geht outside. Wir können wir jetzt zurück, short. Blast. Willst du jetzt echt da durch, weil auf long range? Lass sie wieder zurückgehen, oder? Einer ist pit? Ja, wir haben noch, wir haben noch zwei. So, ich nähe the pit gleich mal rein. Mach das. Wie machst du? I am throwing a grenade. Fight down. Nice. Gut gemacht, obisch. Hä, hat der side uns nicht short gehört? Der hat immer noch lang geguckt, dieser Limmel. Ich hab ja gedacht, wir haben uns gesplittet, oder so. Abaiben oder pushen? Na, ich fühl's nicht. Ich würd immer erst mal abaiben. Alter, die Flash. LOL. Der Flash war kackt. Das ist risky. Naja. Pante steht wieder. Einer, einer pit. Einer pit. Nein. 65 in 4. Lang. Fuck. Der hat meine Waffe gegrabt. Die Flash war gut, ich war full. Das war ein schöner Klick. Ah, hat er nicht schlecht gemacht. Dein Motto ist aber auch, keine Echos sind im Milgenman, oder? Nee, ich mach keinen Echos. Können wir einfach mal um zu zweit durchpushen direkt? Mhm, sehr gerne. Flash rechts rein. Ach, short wird den nicht kommen. Ja, warte kurz. Ja, warte kurz. Ja, was den Huren. Der wird immer noch pit abgammeln. Warte, ich fläch einmal rein. Okay, down side. Und side hat nachgeladen. Und der andere steht mit der Liege im Pit, oder? Hat Headshot. Wo steht der andere? Hat noch ein Headshot, noch ein Headshot. Hat zwei Headshots von mir mit der Unke. Nein, short, half HP. Der hat für mich aber auch nochmal gefressen. Also der hat halb und 40, der andere. Der ist richtig low jetzt. Toll, weiter. Der letzte auch, 40 HP. Zeit, gell? 20 Sekunden. Mhm. 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 Wo ist der? Ihr könnt halt noch gut stehen, ne? Mhm. Mhm. Ja, fit. Ja. Rechts. Was? Ich bin jetzt richtiger. Ja, nimm die da hin. Okay, willst du die nehmen? Okay. Ja, ja. Ich spiel die halt nicht, deswegen werde ich jetzt die mitgenommen. Hier, bitte. Na, selbst denn, der besser als Rumpel. Ja. Ja. Let's go. Dank steht. Dank gut. Kommt, kommt. Beide. Alter. Boah, echt. Ich bin voll live. Bist du mal über Apps? Ja. Nein, der steht short. Fuck. Wo? Weiß ich nicht genau. Rogue. Short, gesteppt. Da war das Zeit. Ja, ich glaub short. Da könnt ihr jetzt Boiler-Apps rein, ne? Mhm. 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 Nice alter, good job. Ich mach grad gar nichts. Alles gut, oi oi oi. Hatte Glück, der hat mich ja nur einmal treffen müssen, der Depp. Siehst du direkt meine Acker? Jo. Ja gut. Ich geh gleich in meine Apps rein, ne? Ja. Oh fuck, ich hab einen Sprung gemessen. Wo? Ey das gibt's nicht, Short. Fuck. Das ist schon, ey das kann doch nicht sein. Das ist schon, ey das kann doch nicht sein. Waren die beide vorne oder die Short und die? Nee, ich weiß nicht wo der andere war, ich spiel legal. Okay. Ich kann dir auch legen. Nee alles gut. Ey. Gibt's doch nicht. Boah. Boah. Dank. Lass die kommt. Bait den rein so nicht. Pff. Ein HP alter. Da ist ein bisschen. Hm. weißt du kommt hier noch mal an kommt ja tatsächlich her nicht gedacht habt ihr mal die mitgenommen mit einem ap überlebt das ist lucky kannst du mir direkt noch was legen ach so ja da liegt eine account in die wir wollen nicht mehr pushen glaube ich ich gehe mal über apps kurz Einer Pit, Graveyard, Graveyard und Pit, okay ich komme, bleib hinten, ja bleib hinten, Graveyard ist auch low, ja ja, ab Graveyard, Pit sagst du? Alter, ich zieh rum, krieg jetzt den Klick, pass da eben auf rein, okay, hast du den getroffen gehabt? Nee, aber, Junge, ich krieg instant Headshot, als ich long durch rumgezogen hab. Okay, okay, gut half, damit hätte ich gerechnet. Ey, ich hab nichts gerafft, sorry. Ja, ist gut. Ist noch gar nicht gut drauf. Ich dachte, das wär schon. Ups, ups, ups. Move it, move it! Das Game kannst du nicht hochladen, ey. Doch, doch. Flotwank! Ja, jetzt save die Ava. He is down. Weiss, flash einmal drüber. Weiss, flash einmal drüber. Raveyard, Raveyard, 15 HP, 15 HP. Nice. Jetzt gut half. Oh! Ich halte lang. Jo. Fuck ey. Ich hab einen Zuschauer. Yay. Also, ich stell in mich Bibliothek rein, gell? Oder ne, ich geh aggressiv aus der Runde. Mach wie du willst. Wir können ja auch da irgendwo zusammen da gehen. Ist ja eigentlich ganz gut. Short. Woah, ich hab Headshot gekriegt, Short durch. Ich hab mich gesehen, wahrscheinlich. Ich hab zu lange gebraucht. Hey. Das ist so lächerlich. Ich bin so schlecht. Ich bin wustet. Wie viel hast du ihm gegeben? 68 in 6. Oh. Das ist bitter. Ah, Mann, ja. Ich hab aber auch viel zu lange gebraucht, auf, äh, Berkeley zu kommen. Der hat mich halt Short schon gesehen. Lass mal zusammen irgendwie Short da so pushen. Okay. Ich hab mir jetzt den Set geholt. Ich versuch, einen Boiler reinzukriegen. Weiß ich nicht. Das ging leichter als erwartet. Wir haben beide Scout? Ja. Richtig schlecht. Ich stell mich mal auf Long in die Library und aim so ab, ne? Ja, okay. Also, ich stell mich wirklich defensiv. Ja, genau. Aber stell dich so, dass ihr dich nicht sieht von Long, weil ich stell mich so, dass ich ihm nur einen Rücken umschießen brauche. Ja. 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 Spannung. Der andere auf, Steve. Scheiße, hätte er jetzt nicht rausrennen sollen. Hoffentlich haben sie ihn nicht gesehen. Nice, nice. Nice war scheiß. Der andere auch, Short. Minus 80 ist jetzt Short rein. Nice. Okay. GG. So, das war der zweite Win auf dem Weg zu Global, habe ich gehört. Erstmal gucken, was die anderen für die Ranks hatten. Heilig mit meinem Rank. Alles safe, alles safe. Keiner gesehen. Ja, ey, ey, geil. Gut, dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Wingman. Ja, wie geht's mal wieder? Ja, das war schon. Ja, das war schon, bis zum nächsten Mal. Ja, das war schon. Ja, ich bin nur noch nie. Ja, ich bin nur noch nie.